Was denn? Was denn? Warum bist du denn so ungeduldig? Warum bist du denn so ungeduldig? Hört ja schon cool aus hier Alles gut Geht du nicht eingeladen? Nein! Das heißt ja auch, ich kann den auch nicht immer ertragen Außer nehme ich gerade ein Video auf Das wird mir hinterher wieder vorgehalten Dass ich schlecht über Guido reden würde Das war lieber Geht gut hoch hier Aber wir waren heute nicht die Ersten Das sieht man Ja das sieht so aus Ja das sieht so aus Oh es läutet Ja Auf zu Kier hier Ein bisschen beten Ja das sieht so aus Ja das sieht so aus Ja das sieht so aus Was ist denn los hier? Voll der Matschi wieder Ja das sieht so aus Ja das sieht so aus wie ein Schweinchen Ja Das ist ja wie Schau das ist doch Ach guck mal Aber wir kommen an den Dingens nicht vorbei. Was ist das? Das ist nur ein Wegpunkt. Dann gehen wir zurück. Ja, da gibt's hier. Dietrichsburg. Scheiße. Alter, guck mal. Komm, pass mal nicht auf hier. Wer ist das hier bei Brinkmann? 100 Meter geht. Bist du sicher, dass das 100 waren? Was sagst du? Ja. Das ist halt Problem, wenn du einfach immer den Wegen folgst. Also kriegen wir heute wieder 15 Kilometer voll, ne? Denk daran, um 13 Uhr muss ich essen. Ich muss Björn, glaub ich, auch noch abholen vorher. Oder Vanessa. Ach, die hatte ich eigentlich mit Vanessa abgeboren, lass die denn abholen. Das muss ich gleich nochmal klären nachher. Ja, das ist kommen wir nicht. Nee, also irgendwie... Wenn ich alleine geh, mach ich immer die Abkürzung. Ja, aber hier kommst du hier natürlich wirklich. Da oben müssen wir hin. Ich glaube, da kommen wir nicht so schnell hoch. Ein Drittel haben wir schon hinter unten. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Das ist ja. Das ist ja ein Schnapper. Ein Drittel haben wir schon hinter unten. 100 Meter. 100 Meter. Achim, Achim, Achim. Das ist ja so verdieb, ich meine. Das zum Thema. 100 Meter zurück. Hat deine Uhr dir denn nicht Bescheid gesagt? Doch. Und du hast nicht gehört? Doch, die surrt ja, die sagt ja nichts. Ach, die surrt noch. Die blieb, aber... Ja. Das ist wie bei den Frauen, die werden einfach ignoriert, ne? Aber ich hab ja auch keine richtige Abfälle gegeben. Nee, hab ich auch nicht. Und da, ja. Aber wie kommt jetzt? Doch, da ist einer, oder? Ich weiß nicht, ne? Wiss ich nicht. Ja, aber dann hätten wir das andere ja verpackt, dass wir gerade gesehen haben. Alter, das kann nicht sein. Kann doch nicht sein. Ich? Alter Falter. Ja, das geht ja. Und dann machst du mir Vorwürfe, oder was? Hier, guck. Dann machst du mir Vorwürfe. Das kann nicht sein. Doch, das ist da hoch. Hier hoch. Da oben ist ein Weg, ne? Siehst du das da? Ja, also. Ja gut, wir können jetzt mal hier hoch. Wir können auch noch ein Stück zurück. Nee, du, mir ist das egal. Deswegen gehen wir jetzt hier hoch. Ja, das geht doch. Ja, das ist hier richtig Action hier. Ach guck mal, da plätschert das Wasser. Da, hier ist ein Bach. Bist du sicher? Ach, das sieht ja gar nicht nach einem Weg aus. Ich weiß ja nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich bin da schon nicht in den Fluss gelaufen, wie wir hier auch nicht haben. Das sieht nicht danach aus, oder? Ich glaube, wir werden sterben hier. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben, oder? Gucken wir mal. Was hat Nadi erzählt, ja. Ja, der hoch. Das kann doch nicht sein, dass der hier hochgegangen ist. Alter, hat der nicht so alle... Der war krank. Ich glaub's auch. Das ist die gute Frage. Gehen wir hier jetzt links rum? Ja. Ich glaub da, da bist du besser aus. Ja, dann. Ich wollte eigentlich nicht ins Schwitzen kommen. Ja, du wolltest nicht ins Schwitzen kommen. Ja. Dann darfst du nicht mit mir los. Dann darfst du nicht mit mir los. Alter, wir können nur noch 4 Stunden Video aufnehmen. Ich glaub das reicht nicht. Alter, was ist das denn hier denn? Nicht den Baum mitten irgendwie. Komm, Alter. Dann hat das wirklich vorher keiner weggehauen. Ach, Alter. Wann hast du denn ne Winterschiefel nicht an? Alter, Alter. Ich bin kein Geist. Jetzt rutsch. Komm er, mach mich mal vor. Lass mal die jungen Kerle vor Müssen wir uns hier an die... wie heißt das nochmal? Mit den Seilen anschnallen, hätte ich beinahe gesagt Hier vorne ist gleich der Hügel Da sind wir gleich oben Wir sind gleich oben, komm Wie heißt das? Wir sind hier bei der Wehrmacht Umkehren ist keine Alternative Wir sind hier oben Wir sind hier oben schau her, da ist er kann mich grad nicht mehr dran vorbei richtig action hier ich hab keine Machete dabei flacher wirds hier ich seh keinen Weg hier ich seh keinen Weg hier ich weiß nicht wo Aramid wo bist du? ja da ist er er hat sein Jäckchen aufgemacht er ist oberkörperfrei hier gleich da hinten Abenteuerurlaub im Winter so ist das mal gucken mal gucken ob ich hier weiter am Weg bin sieht nicht gut aus hier ja ich weiß schon nicht schlecht der war ich gucke nach vorne natürlich irgendwie hier ist einer her oder? ne das ist ein Wildschwein glaub ich Alter wir rennen hier hinterm Bildschwein hinterher Alter die werden sterben glaubt mir wir kommen hier nirgendwo her das ist das Problem du guckst nochmal nach du guckst nochmal nach ja das ist irgendwie nicht der richtige not the right way Alter Alter ja 2 Uhr 3 Uhr aber in 100 Meter in 100 Meter ja dann nehmen wir natürlich jetzt müssen wir einmal so wird natürlich jetzt warte noch ein bisschen ich warte noch ein bisschen ich warte noch ein bisschen aber wo geht man her wo geht man her ja ich such jetzt den Weg ja ich such jetzt den Weg hä? ich krieche hier doch nicht rum bin ich hier bei der Bundeswehr oder was? alter dann krieche du ich lauf hier über diese scheiß Ficksträucher Dornen 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 ja Alter das ist ja die reinste Winterlandschaft hier das glaubt uns keiner das glaubt uns keiner hier das glaubt uns keiner hier vielleicht warte mal warte mal damit ihr wisst was hier so abgeht so gleich ach scheiße sind scheiße ich nicht weiterleiten weiterleiten senden so achim ist weiter was gehts weiter da? super super da ist mir in den Busch gelaufen hahaha hier ist ein Weg hände also irgendwie sind wir wenn weder passt dein GPS nicht oder die Route ist fast aufgezeichnet 10 Meter daneben ja ja aber da eigentlich müssen wir auf 2 Uhr ja ja komm da gehts mich vielleicht rum ich renne jetzt hier nicht nochmal durch die Wälder durch hier weiterleiten 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 ok was? dem Pfad folge dem Pfad ja dann folgen wir doch mal dem Pfad danke für was? für den Schnee? nee oh mal eine Flasche oh hoch sitzt alter hier war keiner heute wir sind heute die ersten ja wo wollen sie mal hier rechts ich sehe nix mehr putz die Brille alter ja also nicht beim Hochsitz ok du kannst dich gerne mal drauf sitzen absolut was du da machen nein wir müssen doch gleich noch 2 Türme hoch oder nicht 140 Stufen gut werden wir die noch finden hier in der Schneewisse alter guck mal ist das geil ah da ist sie schon ich sehe sie schon ich sehe sie schon ja das ja das das sieht geil aus nee das sieht geil aus das machen wir das sieht cool aus schöne Sachen ja ja weiß ich noch nicht weiß ich noch nicht ob man die begehen kann ja 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 das stimmt richtig genial hier muss ich sagen richtig genial hier muss ich sagen wenn wir uns Guido wären dann würden wir sagen lass uns mal hier ich hab Hunger und lass uns mal was essen wir haben ein paar Meter vor uns schon cool das hallo du bist der Navigator ich hab das jetzt warte ich denke hier einmal so drumrum oder ja genau ja hallo glaubst du die laufen meinst du die klettern von der Seite wo wir ne meinst du die klettern hier alle den Weg hoch den Weg hochgeklettert sind ja das ist wohl so das ist wohl so ok hier kannst du bestimmt auch eine schöne Feier machen hier Kinder können spielen frage was das kostet hier mach ich meinen 60 jährigen feier ich hier hallo Achim hier kannst du schön deine Hochzeit feiern ok du wirst wahrscheinlich erst mit 70 heiraten so was jetzt irgendwie läuft das falsch hier das ist ja kalt wir müssen verweht unser Schnee Junkie ja gut das muss ja was zuhause rausnehmen jaa sieht an komplett beendet im ersten Rode ja kannst du ja machen das war schon mal ein sehr äh guter Anfang muss ich sagen hat mir schon spass gemacht hat schon spass gemacht also das war bisher Bombe jaa aber bis jetzt glaub ich so mit mit der beste mit den Bäumen krabbeln müssen aber ja macht schon spass da muss man nicht mal weit für fahren ne vor allem mit dem Schneepast jo das ist einfach nur ja oh wir sind auch nicht alleine wir kommen hin mein Phil ja wir hören doch nicht ja wie war denn das ist ein Jogger nein ach so die haben wir so umgegangen ach so die sind ja da umgegangen ja gut die sind ja da umgegangen hier da kannst du fällen hallo da kannst du fällen wo sind die denn weggekommen denken die nicht ha ha die haben wir doch eben da gesehen dann kommen noch welche warte mal warte mal ich muss mal einen Schluck auf die Pulle nehmen ich bin total wie heißt das dehydriert dehydriert genau mal eine super Flasche mit den dicken Beulen ich hab ja genug Wasser dabei du hast gesagt ja also ist kein Problem du hast gesagt am Anfang ist es anstrengend da hast du recht bisher aber du machst es ja falsch ne wieso wenn man so am Wasser ja weich schmelzt könnte man natürlich auch aber musst du erst ein Lagerfeuer haben oder was oder willst du den Schnee an deine Brust nehmen und dann weil du so eine heiße Brust hast da ist einen halben Baum in den Rücken gekriegt mach die Jacke wieder zu nicht dass du morgen krank bist hinter Urlaub macht keinen Spaß das stimmt obwohl ich sagen muss früher war das irgendwie ganz anders früher hat man das irgendwie gehasst ich weiß nicht heute ist das irgendwie ganz was anders ich denke schon ein paar schöne Spartiergänge werde ich mit Jana dahinten machen mit rucksacklose Bier dabei Musik dabei ja sowas ja schön essen in den Waldhütten ja lecker lecker Wildschwein Wildschwein vom Grill oh ja frisch umgebaut du kannst ja jetzt wir suchen uns jetzt hier eins irgendwo muss ja eins sein oder jetzt muss ich aber mit Handschuhen zurück läuft alles läuft wir sind mal auf der richtigen Spur wir fahren jetzt Zeit auf der richtigen Spur ja bloß an der Abzweigung der also oh Gott im Sommer also irgendwie weiß ich noch nicht war das wieder ein bisschen komisch ja wenn natürlich einer sowas aufzeichnet und der geht schwer durch den Wald das ist ja ja also Alter guck mal nochmal her das ist schönste Wintergegend und wir sind hier nicht im in Bayern das ist NRW ja 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 also ein paar kleine Video schützen wir nachher auch ne ja du du musst die eigentlich schneiden weil das ist doch ein komplettes Video das ist doch ein komplettes Video das ist doch ein komplettes Video ja ich schick dir das komplett mal ich schick dir das komplett mal ich schick dir das aus was denkst du denn was denkst du denn die ganze Zeit hier wir können vier Stunden wir müssen die schwarzen Spalken und bei mir machen und bei den anderen auch ja gut ich kann ja vier Stunden kannst du auch nicht was ist das denn Osttour 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 ok ok hallo hallo wir sind richtig voll hier ja das ist schon wieder tief durch die Leute ehrlich nicht einsam genug hier das ist doch scheiße bei der Galerie fällt mir gerade ein was ja wenn du das Fotos machst von mir sind die nach Datum sortiert wenn ich nur die letzten 10 haben will muss ich alle einzeln anklicken ja machst du alles oder hast die Hand also müsste man machen Bereich das heißt dann letztens nicht zu dem Bereich zurück und dazwischen Sätze überall die Haken ja ja so geht das ein bisschen Arbeit ja 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 hallo das ist ja so ne das hatte ich eben schon probiert das ist nicht hart nur so ein bisschen in die Oberfläche dafür ist es noch nicht kalt genug wir hatten eben 0 Grad gehabt oder so woher komm oh natürlich Achim wie hast du das wieder hekel hier nur mal vergleich meine Hose Achims Hose hier und dann ist es braun warum sie ich nicht ach so ja natürlich aber ich muss dann gleich noch ins Restaurant ich kann mich vorher nicht nur umziehen wo war das da hin? mit dem Chinesen da in Altshausen 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 Mandarin ja kann sein weiß ich nicht ich muss die Fotos machen gibt es viele Punkte sowieso was gibt es da nicht für ein Video wie viele Punkte gibt es für ein Video nicht viel mehr scheiße guck doch keinen Schrein mein Video von meiner Gipfelerstellung das ist vielleicht jetzt 10 mal geguckt oder so echt? ja ja kannst du mal sehen das ist halt ist nicht Mainstream ist so die meisten wollen so'n Scheiß nicht sehen das ist fast das Problem ich nehme an wir müssen hier weiter ja ja nicht so sonst kann ich 640 Meter kann ich das Video nicht nutzen wenn wir uns verlaufen dann kann ich Guido ja nicht mehr ärgern Mensch wieso? ja der ist anderthalb Stunden hat er sich verlaufen hier unten nicht nein das könnte hier ja 100 Meter 100 Meter Leute die hier wohnen das ist ja schön ja auch ja gut ich meine was hast du bei uns könntest du in Reesberg oder so ne aber meine Dobech Strecke ja Dobech Strecke geht auch aber wie gesagt ich hab hier auch die geht über den Dobech in Reesberg ja gut aber ich hab hier auch nur aber ich 5-6 Kilometer bis zum das ist Neue Mühle das ist der Aue Reesberg Dobech die Strecke hab ich ja ok 13 Kilometer oder sowas die hab ich auch aufgezeichnet du müsst eigentlich mal gucken ok ja da muss ich mir nochmal angucken sind die schön ne also die ist ja auch nicht schön die ist nicht längern bis zur Brücke ja dann gehts da rechts hoch Reesberg hoch ja aber ansonsten du hast einfach nicht so viel Auswahl du hast ja jetzt eine eine Strecke oder zwei aber das wars ja und hier welche gut ist die hab ich aber noch nicht aufgezeichnet ist Randringhausen an den 3 Seen ok oben am Puffen neben meinem Puffendünne ok da gehst du los und dann gehts auch echt schön bisschen Wald schön an den Seen lang ok also die lohnt sich auch zu zeigen erste Matsch ja wie ist das ja 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 hallo das ist kannste jetzt nicht unbedingt vertreiben mit normalen Schuhen entschuldige mich wie was gesagt hab ja das ist auch viel dickeres Leder und ja ja das ist kannste jetzt nicht unbedingt Profil ist vielleicht noch ein bisschen anders aber auf dem Matsch hält auch nichts ne so wie mit dem Apfel auf Eis genau da nutzt er sich da muss ich schon Metallpickle drin haben ja da müssen wir haben Spikes da müssen wir doch nur Spikes holen für Melle ja ja das hat die vom Wanderzimmer hier guck mal ja hinterher ne ja hier sind ein paar Vögel siehst du mal hier noch nicht ganz ausgestorben die Planet Erde hier hier so ne Tour weißt du kannst dich noch damals an ZDF erinnern abends wenn dann kein Programm mehr war dann haben sie immer hier so oder ARD hier wenn sie diese Zugfahrten die sie immer gezeigt haben ja ne ja sowas machen wir jetzt auch hier und zeigen wir hier unsere unsere Wanderung und unser Gelaber machen wir YouTube-Fälle ja machen wir den eigenen Blog auf da gibt es mit Sicherheit genügen die sich den Scheiß angucken ein paar Klicks hier hä 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 ja das sind unsere Zuschauer ne machen wir alles hier ein paar technischen Details das ist jetzt vielleicht jetzt in diesem Moment ist das hier unsere Zukunft wir wir wandern die Wege nach mit der Kohreben hast du aber nicht der Ding in den Handgab doch habe ich doch natürlich habe ich auch genommen ja das ist ja auch am Kohreben ok die Kamera die Linse ist schwarz also das ist ich weiß ja nicht dass das nicht gut es wird wahrscheinlich nicht so viele Idioten erfolgen wer weiß das wer weiß das vielleicht gibt es wirklich viele die sich das dann angucken ja du läufst einfach deine Runden nach wie wir jetzt auch machen und stell das in wir können ja auch eine neue machen das ist ja kein Problem ja oder neue Routen genau die dann dokumentieren ja und schon verdienen wir Millionen 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 eine Million Follower Follower genau hast du schon geguckt? was? dein Essen war ja Michael wo bist du? ne hab ich noch nicht wo bist du? ich weiß ja nicht ich hab dich nie geguckt ach du guckst ja jetzt nicht na alter wieso hast du wieder 10 Klicks mehr oder was? du ich schreib echt noch ein Programm dafür den hast du verloren komm vergess es hier ist wieder nix hier ist wieder Edge hier ist ja tote Hose super einsam weiß und was ist hier drauf das sind hier schöne die Kinderstube der Frischlinge toll hier soll noch was ist da hinten denn? ja hinten ist ein Käfi da können wir den Brinkmann drin verstecken wenn wir das mal mit Youtube machen dann müssen wir den Brinkmann wieder einladen und dann lassen wir die 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 Zuschauer dann bewerten die Zuschauer dann bewerten so ja nehmen wir mit dir Jana wird sie freuen aber obwohl der ein bisschen mager aussieht findste nicht? also da müssen wir mal was besser suchen aber den nehm ich auch nicht in mein Auto das ist echt leid den schleppste zu Fuß nach Hause sind ja auch nur 30 Kilometer bis nach Hause so also von da her oh da ist der Ausgang du kannst ja auch alles online kaufen also das haben wir gesehen es kennen sich was dann bauen alter ne ne online kaufen du kannst es auch online geschnuppt kaufen in jeder Größe 5 Meter 4 Meter also siehst du? hä? da denkst du doch auch wer kommt auf solche Ideen sonst scheiß aber du die würden das nicht machen wenn es sich irgendeinen Idiot geben würde der das Geld dafür ausgibt alte Leute können ja schlecht gehen auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht haben sie ein Auto aber wollen einen Tannenbaum haben ja 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 gerade für alte Leute ist das doch wohl nicht gut aus also mein guter wir verlassen die da den Winzmann-Tag ja nicht ein Wildschwein gesehen das ist auch gut so ihr müsst jetzt nicht auf dem Gebüsch kommen hallo das wäre doch nicht schlecht gewesen du da wenn das nur Sauen sind dann ist das ok aber so ein Eber so ein Eber ja dicker Keiler ja kann dir schon den Arsch aufreißen genau der kann dir den Arsch aufreißen der ist ja dick zu greifen der will ja junges falsch können altes Leder haben oder die müssen rechts ja hier vorher oder was hier rechts ja hier rechts und da raus gehen wir und da das ist sicher das ist ja eh nur für Autos ja gute Heimfahrt da steht da vielen Dank bis bald ja vielen Dank bis bald was ist da Danger rechts oder Ranger rechts fußgänger rechts fußgänger rechts alter Falter fußgänger rechts hier ja ja das ist doch was hier so warte alter 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 hier das ist nochmal fußgänger schau mal auch nochmal ach das ist sogar ein Wildpark das nennt sich Wildpark das nennt sich hier Wildpark an der Friedrichs hier sollte das Tor geschlossen sein ne verschlossen sein bitte hier klingeln coole Sache warte mal ich muss mir gerade meinen Gürtel hier äh richtig machen wieder der nervt mich schon die ganze Zeit der ist ja schon so weit irgendwie sind die alle kaputt crap 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 bitte vermeiden die ungegeben Lärm oh Arne ne Junge Hunde dürfen nicht in den Wildpark alter Sauen greifen den Mund an siehst du die Sauen ja so wir gehen zu Füßgänger rechts oder straffig zur Ottoshöhe hier gehts schon zur Ottoshöhe genau das eine war der Friedensturm und das andere ist die Ottoshöhe okay beide Firmen nehmen wir mit ja also Straße wollte ich eigentlich nicht ja also da langsam schauen Straße hab ich den ganzen Tag deswegen sind wir doch nicht hier oder so ich würd sagen ich bin da wundere dich aber nicht irgendwann wieder auf den Bus aufzunehmen ach ja ja gehts da überhaupt her ja meine Handschuhe sollten eigentlich wasserdicht sein also die sind ganz schön bisschen feucht drin ja ich meine nicht ja komisch wahrscheinlich weil ich so am schützen bin ja die Hunde mal holte aha was denn aha was das ist nicht gut das ist nicht gut guck mal her das ist nicht gut das ist nicht gut wir kommen ja nicht dahin wo wir hinwollen guck mal wir gehen nicht schwatzen hier am Rand wir müssen eigentlich Straße gehen weil wir wollen ja hier hinweg machen ja klar ja gut dann dann geh ich jetzt hier wenigstens hier einmal so quer wie ja gut ist da ein bisschen breiter da sehe ich da ja ja das stimmt ja das stimmt was ist das denn Landhaus? Schlackach oder was denn? jeden Sonntag Frühstück ach ja da gehts Frühstück Kaffee und Kuchen Görtchen wir sind ja erst laut Video erst 39 Minuten unterwegs ne hab ich noch nicht wiederholt ne aber mein Akku ist schon auf 33% 32% runter dann wird er die Tour nicht überleben ich glaub's nicht aber ich hab ja noch zwei Akkus dabei aber ich glaube wird alles hoch bei dir bei mir spritzt nix ich bin nicht die Hektometer da nicht los da ich muss mir doch dann so'n Gimbal holen das ist so'n Halter ist ja immer so im im Lot im Lot im hohen Kontalen ja wenn wir unseren YouTube-Channel aufmachen dann müssen wir doch noch einen passenden Namen haben wie war das mit unserer Programmierung? wie hieß unser Automat? was ist das noch? Superjack Superjack ja wie hieß die Firma, an die wir das geschickt haben? mit Tronic ja ja was ist das mit Tronic ne Alphatronic? ja ich weiß auch nicht mehr war nichts ich weiß nur, dass auf einmal das Spiel vom Engländer gekriegt haben ja das war auch alter Alter die Luft raus ja 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 woher eingestellt Nacht und Nebel haben wir gearbeitet bei den kalten Kellerbräuten bei dir auch eben hier Frankenstraße Mensch das waren noch Zeiten heute knacken wir nur noch ja 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 so ist das so und nachher dann foltern wir die Bücher erst mal mit dem Video jetzt müssen wir sich das Video angucken ja ja 90 Minuten ja genau ja ein cooler Baum der hängt noch ein bisschen auf der Seite ein bisschen krumm ja ja ein cooler Baum ja dann hält er wirklich nur ein Stündchen ja gut natürlich bei der Kälte hält das sowieso nicht so lange der Akku ne ne bei der Kälte halten die Batterien und so die entladen sich doch immer weißt die Kälte dann dann ich glaube die fahr ich noch mit da ne im Sommer war es schon hier oder was? oder willst du noch? achso wolle es noch? Was ist mit ihr schon im Zoo gewesen? Osnabrück. Drei Stück. Drei Stück habe ich mit dir. Ne, vier. Riga. Hannover ist auch nicht schlecht. Ja, guck ich auch mal ganz gerne. War der am Pilsen, hatten wir am besten Fall. Der war in so einem Wald. Überall muss es ein bisschen gehen und da gibt es dann nicht nur schicke wicke, blink blink. Rechts, links geradeaus? Ab in den Wald. Okay, was uns versucht, wir sind hier. Was wir in 10.000 Jahren unsere Überreste finden hier. Ja. Es ist noch gar noch grün runter hier. Allzu lange liegt der Schnee hier auch noch nicht. Der Schnee liegt noch nicht allzu lange. Voll die Wurzel hier. Alter, hier. Hier abgerutscht hier. Lebensgefährlich. Man. Wenn ich jetzt nicht so gebrechlich wäre, äh nein, wenn ich jetzt gebrechlich wäre, hätte ich mir wahrscheinlich wieder auf Fuß gebrochen oder so. Ja. Keine Ahnung. Lass mich ja vor, sonst fehlt mich die ganze Zeit dein Arsch. Na boah. Ja. Ja. Oh, jetzt geht's erstmal wieder Klettereinlagen hier. Ah, nur so ein bisschen. Ah, ist das fest? Ja. Ja, 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 ja. Alles gut hier. Hauptsache nicht auf die Wurzeln treten. Du könntest deine Kamera auch vom Faden langstiegen hinter dir her. Das ist bestimmt auch ganz lustig. Nein, ich muss die am Kopf festlegen. Geht dann automatisch. Ja, ich muss mal so einen Baumeister-Helpen. Wie heißt der? Ne, da gibt's extra so einen... Entweder Baumeister. Wie heißt denn der Baumeister? Bob! Bob der Baumeister oder du nimmst Klaus den Stablerfahrer. Hat Björn früher mal geguckt. Bob der Baumeister. Wie viele Kilometer? Ja. Eine Stunde und zwei Minuten. Alter. Müssen wir uns dran halten. 369 Meter. Puls. 117 Herzschläge pro Minute. Oh, leicht erregt unser Achim. 3 Stunden und 36 Minuten. So, rechts, links? Rechts. Rechts. Ja, richtig. Deine Hose fängt an den ganzen Matschern auf. Keine Angst. Kann sein, dass wir auf die andere müssen. Welche? Achso, da links rüber? Ja. Gucken wir mal, was der junge Mann hergegangen ist. Ja. Der grüne... Das grüne Schild sagt, wir müssen rechts lang laufen. Ja. Da. Am Baum. An der Küchenwächern, ja. Achso. Halt, da steht noch was anderes. Was ist denn das da unter für ein Männchen? Leichtathletik. Guck mal. Leichtathletik. Leicht schnell laufen oder was? Nee, das ist ein Läufer. 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 Alter, alter, alter. Oh, hier gehen aber selten Leute her. Alter, guck das mal an. Da hinten ist wieder totaler... Ja, das ist ja toll. Und los. Oh, ich habe einen Kaninchen gesehen, glaube ich. Das war die vier heute. Muss ich mal nachher im Video nochmal angucken. Ich glaube, das ist ein Video... Das ist ein... Was? Falsch. Falsch? Ja. War das eine ganz andere Richtung, oder was? Das ist 84 grad. Hör auf. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Navigator, ist das hier. Die Rücken sind die Meter zu lang gegangen. Du. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Achim damals hier zu Kolumbus-Zeiten auf dem Schiff gewesen wäre, der hätte dann nicht Amerika entdeckt, sondern, äh, keine Ahnung, Australien oder so. 180 Grad hat man gerade gedreht. Ich weiß nicht, hier haben wir ein bisschen mehr Matsch hier, findest du nicht? Die Fahrrad hier fangen ja mal an. Die Deppen. Ja, die Fahrraddeppen. Das, äh, wir spiegeln natürlich nur die Meinung von Achim wieder, ne? Die Fahrraddeppen. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, also das darf man nicht so eng sehen, ne? Da gibt's ja auch nur ne Meinung. Nein, wir greifen keinen persönlich an. Wir finden halt, dass das nicht kompatibel ist. Fußgänger und Fahrradfahrer hier in solchen Wegen irgendwie zerstören die dünnen Reifen schon die Wege. Da kann man erzählen, was man will. Ja, jetzt hoch oder? Weißt du auch nicht. Ja, da rechts hoch. Oder links runter. Lauf dir jetzt mal nach. Also, ich glaub, das ist ein... Och, scheiße, hier. Ich hab ja BCs, ne? Kennst du die einen Stufen bei den Wanderern? A, B, C. Und dann haben sie gerade wieder für... Ich weiß gar nicht, was die kosten. Von Meindl wäre ich hier im Angebot. 14 Meter rechts. 14 Meter rechts, Alter. 40. Kann ich nicht machen. Das kann nicht sein. Nur den Berg oben, hoch, eben, konnte auch nicht sein, oder? Ja, ich weiß es nicht. Kann man nur leicht machen. Ich wüsste nicht, wo da gleich ein Weg ist. Ich denke, die haben das mit so einem... Weiß nicht... Scheiß Navi aufgezeichnet oder so. Also, die sind ja schon ein bisschen älter. Ja, ja, kann sein, dass die... Dann irgendwie abgekürzt haben, weißt du. Aber... Ja, weil wir jetzt so aufzeichnen müssen, die ablaufen. Ja. Aber die roten Borden sind block, die sind geprüft, TÜV geprüft. Ist das so? Ja, oder nicht. Weiß ich nicht. TÜV geprüft. Das ist so. Ja. 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 es ist noch zu warm angezogen ich bin so am wandern mit wenn du die ganze Zeit frierst, ist auch scheiße das ist auch scheiße wenn du mal wacher gekültes Anzüge haben die dann auf die Temperatur sind die auf die Temperatur dann reagieren da geht auch ein Weg rein Achim, 40 Meter rechts aufgehört hier haben wir ein Foto hier, sieht doch cool aus hier im Weg sieht doch ja sieht ja kann ich ja auch hier wieder Kanäte ist hierher gelaufen bei dem Lärm, den wir hier machen da laufen die schon Kilometer weit weg hier 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 gibt es auch hier so ein Dingens, vielleicht auch nicht schlecht so ein Armband dafür so, ich kann mich nicht sagen, es ist hier so, ich bin schon mal so, ich bin schon mal so, ich bin jetzt hier so, ich bin jetzt hier so, es sei denn Vielen Dank. Guck mal, das ist doch ein Weg. Ach so, okay. Rechts würde ich sagen. Oder links. Nee, rechts denke ich. Jetzt ist auch heute schon einer mit dem Fahrrad hergefahren. Obwohl das ganz schön breite Reifen sind, obwohl es Mountainbikes, die haben breitere Reifen. Ja, ja, Hose kannst du waschen hinterher. Jedes Mal muss ich in irgendeine Waschmaschine. Eine Stunde, elf Prozent Akku. Passt doch. Hast du hundert Prozent? Ja, ich hatte hundert Prozent. Das ist doch gut. Hast du noch kleine Halteprobleme? Nö, das ist. Ich bin da in einer Position eingefroren. Was noch hier, als ich da anderthalb Stunden den Regenschirm gehalten habe? Ja, okay, da war es ja auch fast am Ende. Das war aber schweinekalt ja noch. Und pitsche nass und... Kalt ist es nicht. Nee, nee, das ist nicht kalt. Ist gut. Also null Grad haben wir gefühlt, glaube ich nicht. Mal gucken. Ja, die passt nicht, die Temperatur. Du hast den Körper, die ist am Körper. Was? Ist doch gefaked. Nein. Doch, bestimmt. Ein Grad in Bunde. Ach so, da so meinst du, guckst du. Na ja, ja, ein Standort, warte. Standort. Standort. Warte ich jetzt weiter an den? Ja, Bunde. Das letzte Mal beim Regen waren mehr unterwegs, ey. Das letzte Mal beim Regen waren mehr Leute unterwegs, ey. Versteh ich nicht, weil... Ist jetzt nicht schön, Mann. Ja. Ja, zu früh vielleicht. Na gut, heute sind wir natürlich auch ein bisschen eher unterwegs, ne? Kann ja sein, dass die nach dem Mittag oder so, meistens alle dann spazieren gehen, ne? Ja, wir müssen mal ruhig nach der Jamm hängt, da sind wir morgens um 60 schon. Ja, Achim, du bist aber auch wirklich fernab von einem normalen Menschen. Der morgens... Wir kennen ja so lange schlafen, ne? Ja. Also, ich kenn wirklich wenige, die... Wie kommen wir da jetzt wieder? Ja, Alter, wir müssen ein Boot bauen erst. Was ist los? Was ist noch die Uhr? Ja, ich hab's geschafft, fünf Kilometer. Fünf Kilometer erst? Ja, zehn hab ich eingegeben, ja. Achso. Wir machen ja zwölf. Wir machen ja zwölf. Sechs mal sechs oder sowas. Sind doch kleine Klenker, wären zwölf, ja. Was sagt denn die Wotsche überhaupt? Wie viele Uhr? Hör mal. 10.52 Uhr. 11 Uhr. Oh, bis 13 Uhr wird eng. Kollege. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät! Na, scheiße. Was sagst du? Was sagst du? 13 Uhr. 13 Uhr. Was sagst du? Oder was war da angeklagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das sind doch nur... Das sind doch nur zehn Kilometer gewesen. Nein, 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 nein. Du hast die Zährte davon genommen, die Wengste. Echt? Ja. Ja. Guck mal, sechs. Ach, ja. Ach, ja. Ich glaube, wir sind auch wieder ziemlich langsam bei der Sache. Was? Langsam gehen wir. Ist natürlich auch schlecht zu laufen hier. Durch den Matsch. Ja, ich weiß es aber. Wir können natürlich auch gerne laufen. Nee, laufen will ich ja auch nicht. Ich will ja nur gehen. Normal. So relativ normal. Das sind die Füchte von den Fahrradfahrten. Ja. Der wird dir ja nicht Wasser... Der wird dir ja nicht Wasser gelassen haben, ne? Ja, die drehen sich in den Rädern durch. Ja, ich weiß, dass sie sich nicht mehr haben. Gibt's mehr tiefer. Siehst du ja. Rechts, links? Ja, er hat gerade was gesagt. Er sagt links. Links? Links heißt er. Okay. 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 Ja. Vielleicht hätten wir einen Schlitten mitbringen sollen. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen schneller gehen. Wird schon ein bisschen länger gehen. Na ja. Ich will aber nicht auf der Fresse liegen hier. Hei, hei, hei. Ja. 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 Ich wusste ja nicht, dass wir so weit hochgegangen sind eben. Wohl war ja. 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 Ja, ja. Hast dich heute geschwingt überhaupt, Alter? Ha ha ha. Gefilmte und fotokaliert. Da sind auch nicht so aquellos. Das ist live! Live ist das, Achim. Live. So, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Links oder geradeaus? Oder rechts den Berg hoch? Geradeaus. Ja, hier gehts wieder hoch. Hier kannst du mit Sicherheit gut mit dem Schlitten runter, wenn noch mehr Schnee liegt hier, Achim. Alter! Coole Strecke wäre das. Und dann da runter. Obwohl, die sind alle nicht schlecht hier. Du kannst was? Lenken. Ja gut, wenn Eis ist, ist schlecht, das stimmt. So hat jeder schon seinen Job, ne? Ich bin der Navigator. Und ich bin der Kameramann. Du bist der Kameramann und Guido ist der Träger. Wo ist der Träger? Muss der sich aber noch vom Bollerwagen holen. Wenn ich euch mal so bildlich vorstelle... Nein, ich würd... Weißt du was? Nein. Nein, ich würd meine Sachen nicht, dem bringt man Anvertrauen. Du, wenn du deinem Chef noch was Gutes willst, ne? Ja. Dann viel zu dem bringt man noch als Arbeitnehmer. Und dann los. Und dann los. Hör mal gleich hier oben. Hi. Ach guck mal, wir gucken mal, ein Monster auch noch. Da. Alter. Ja, ja, du hast ganz richtig geschüchelt. Und die Hose auch. Die Hose ist richtig. Ja, so wie immer. Bisschen in die Knie. Wie immer. Und jetzt musst du noch hier die solche Wanderdinger. Hosen. So schön die Außengericht. Oder Untergewandt. Ist scheiße, ja. Ja, ist halt noch... Zu weit. Guck. Ja. Da hinten noch ein Zug weiter. Da hab ich jetzt unterkommen. Guck mal. Ja, doch hier ist mehr. Kannst du besser sehen. Hier ist mehr. Echsen, Echsen, Echsen. Und da. Und da. Ja, doch hier ist mehr. Ja, kein Viech zu sehen hier. Hä? Kein Tier. Oh, da kommen wieder Jogger. Ich hab's von denen gehört. Und da oben. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. das ist das Problem, dass in den letzten Tagen sehr viel geregnet hat das ist natürlich auch scheiße die Schuhe sind doch eh schon dreckig die Schuhe sind doch eh schon dreckig so und jetzt rechts? die Schuhe hat nichts gesagt aber leider auch okay leider auch okay 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 ach schweiße wieder so eine Abfuhr geholt hier ach natten nicht nuk Das ist ein kleiner Schuss. Hallo. Hallo. Ja, da kannst du dich richtig hinsetzen, ne? Ja. Den Wässerchen? Ja, gib mir auch mal den Wässerchen rein. Rekord, lass mich da trinken. Schale hat er auch dabei. Für Plan B oder C? Plan B, ja schon Plan B. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist der mit Land für Notfälle, ne? Für die... Den Wässerchen kommt weiter. Hast du noch Pause? Wir haben keine Zeit für Pause. Wir müssen set up in der Wohnung. Hallo.